Ja, heute Morgen begrüße ich Sie auch wieder, auch in den anderen Seelen. Wir hatten gestern unseren, wir haben das so konzipiert, unseren Wissenschaftstag. Thema Bewusstseinswissenschaften. Jetzt wollen wir einen kleinen Switch machen, da wir ja inzwischen alle wissen, dass Bewusstsein etwas ist, was sich selbst auch verändern kann und wo man in der Lage sein kann, auch es anders auszurichten, möchte ich Sie einladen, heute an dem Tag der Bewusstseinskultur, das ist das übergreifende Thema des heutigen Tages, auch eine kleine Veränderung zu tun. Und dazu möchte ich Sie einladen mit meinem Vortrag. Und das, was ich Ihnen heute sagen will, ist noch mehr als Metapher gemeint als gestern. Also was ich, wenn ich etwas erzähle, dann möchte ich nicht sagen, dass die Dinge so sind, wie sie sind, oder wie ich sie beschreibe, sondern dass das eine Möglichkeit ist, etwas zu erspüren. Also ein Gefühl dafür, einen Eindruck dafür zu bekommen, wohin unser Bewusstsein gehen könnte. Und so bitte ich Sie auch heute, nicht so sehr dahin zu hören, zu glauben, dass das, was ich Ihnen sage, so ist, sondern sich vielleicht berühren zu lassen von den Worten und zu schauen, was es bei Ihnen auslöst. Also Metaphern sind mehr dazu da, Wirkung zu erzeugen, etwas auszulösen in einem selbst und die eigenen Worte zu finden oder vielleicht auch gar keine Worte, sondern einfach ein Gespür. Und heute möchte ich über das Leben sprechen. Mein innerer, persönlicher Weg, ich könnte sagen, mein spiritueller Weg, war ein Weg zunehmender Bewusstwerdung. Moderne Spiritualität ist letztendlich die Entfaltung des eigenen Bewusstseins. Meine persönliche Suche danach, wer ich in meinem Innersten selbst bin, brachte mich zur Psychologie, zur Psychotherapie, zur Erforschung spiritueller Kulturen und veränderte Bewusstseinszustände und zur Entfaltung meines eigenen Bewusstseins hin zur Seele und Geist und dem, was all dies transzendiert, wie ich es in den anderen Vorträgen beschrieben habe. Das vertiefte und erweiterte Bewusstsein erkennt sich als Ausdruck einer umfassenderen Intelligenz, die es hervorbringt und sich entwickeln lässt. Der Fokus meiner persönlichen Suche bezog sich auf die Arbeit an der Ausdehnung meines Bewusstseins. Und die Anwendung dieser Bewusstseinsformen und Bewusstseinszustände, zum Beispiel in Psychotherapie, in meiner Unternehmensführung oder meiner Lebensführung, erschienen mir wie Früchte auf diesem Weg. Das war eine kurze Zusammenfassung der letzten beiden Vorträge. So begann ich mich immer mehr, so begann ich immer mehr in meinem Leben aufzuwachen und das Leben zu vergegenwärtigen, das ich gerade lebte. Ich begann, mich an den Platz in meinem Leben zu stellen, an dem ich eben gerade stand oder jetzt gerade stehe. Mich in die Mitte des Lebens hineinzustellen, als der, der ich eben war oder bin. Mit allen meinen Eigenschaften, meiner Geschichte, meinem Sein, meinem Bewusstsein, meinen Bezügen und meiner Welt. Ich spürte die Bedeutung der Worte von Albert Schweitzer, der einmal sagte, ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Ich begann, das Leben zu vergegenwärtigen, so wie es gerade geschieht. Die Momente meines Lebens zu vergegenwärtigen, in ihrer Ganzheit und in ihrer lebendigen Präsenz. Ich spürte den albert-schwalzerischen Satz noch ein wenig weiter vereinfacht. Ich bin Leben, ich bin Leben, das lebt. Inmitten von Leben, das lebt. Mein persönliches und individuelles Leben als Teil eines umfassenderen Lebensprozesses zu erkennen, ließ mich mein Leben und mehr noch das Leben selbst erforschen. Und ich begann, inmitten des Lebens, das Leben selbst zu spüren. In seiner Lebendigkeit. In seiner enormen Präsenz. In seinem Strömen. Dem Strömen unseres Lebensstromes. In seinem Fließen. Dem Fluss unseres Lebens. In seiner Ursprünglichkeit. Pur. Pures Leben. Pura vida, wie die Costa Ricaner sagen. Ich begann zu spüren, was für eine Freude es ist, das Leben in seiner Essenz zu spüren. Die Lebensfreude in ihrer Ursprünglichkeit zu empfinden. Ja, was für ein Glück es ist, zu leben. Gerade jetzt zu leben. Diesen Quell, dieses Stroms des Lebens zu spüren und ein Teil davon zu sein. Und ich begann, den Wert dieses Lebens zu spüren, wie großartig es eigentlich ist. Wie intelligent. Und wie es sich entfaltet. Dass ich und das wir nicht nur daran teilhaben können, sondern das auch noch vergegenwärtigen können, erkennen können, das erleben dürfen, am Leben zu sein, zu leben, empfinde ich als eine große Gnade. Das größte Geschenk, das jeder von uns erhalten hat und in sich trägt, so lange erlebt. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Auf meinem Weg habe ich mich immer wieder gefragt, was eigentlich fundamentaler ist. Das Bewusstsein oder das Leben? Was denken Sie? Ist die zentrale evolutionäre Bewegung, die des Bewusstseins, das sich selbst vergegenwärtigt, als Ausdruck einer umfassenderen Intelligenz, die sich als dieses Universum manifestiert, als diese Evolution und die irgendwann einmal Leben hervorbringt und Nervensysteme, die erwachen und sich selbst erkennen, als Teil dieser umfassenderen Intelligenz? Oder ist der evolutionäre Prozess in sich selbst ein lebendiger Ausdruck dieser umfassenderen Intelligenz, also eine lebendige Evolution, die sich im Zuge ihrer eigenen Bewusstwerdung und Vergegenwärtigung spürt und in voller Bewusstheit weiterentwickelt? Mit zunehmendem Alter neige ich zu der zweiten Variante, das Leben zu begreifen als ein sich selbst aufklärender Prozess, als ein Geschehen, das sich seiner selbst bewusst wird und sich selbst zunehmend erkennt und vergegenwärtigt in seiner Art und Weise, in seinen Grundstrukturen, seinen innersten und äußersten Bewegungen, seinem evolutionären Potenzial auch, seiner eigenen Intelligenz, der Intelligenz des Lebens, wenn man so will. Der Fokus der Erforschung des Lebens liegt dann nicht mehr primär in der Vertiefung und Erweiterung unseres Bewusstseins, also der inneren Loslösung aus den fixierenden Strukturen und Mustern und der Konzentration auf eine transzendente Wirklichkeit, sondern er bezieht sich auf das Innerste des Lebens selbst, auf eine Vertiefung und Erweiterung unseres Lebens. Was geschieht, wenn wir inmitten unseres Lebens aufwachen, inmitten dieses Momentes aufwachen und ihm nichts entgegensetzen? Dann spüren wir unsere lebendige Präsenz, unsere lebendige Anwesenheit. Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass wir jetzt gerade leben, wenn wir dies einfach von innen her vergegenwärtigen, dann spüren wir, fühlt sich das irgendwie an, als eine Art lebendige Präsenz. Und was spüren wir, wenn wir inmitten dieses Momentes, auch dieses jetzt, in dieser Präsenz ganz offen sind, ganz offen, und in dieser völligen Offenheit verweilen, als lebendige Wesen, einfach, aha, jetzt lebe ich, ich bin ganz offen für alles, was da ist. Dann spüren wir die Fülle dieses Moments, die Fülle dieser gesamten Erfahrung jetzt. Die innere Leere unserer, sagen wir mal, schwebenden Offenheit lässt uns die Fülle spüren, unsere Sinneserfahrungen, unsere Empfindungen und Gefühle, unseres gesamten Bewusstseins. Und wie ist es, uns an diese Fülle hinzugeben, uns ganz ausfüllen und erfüllen zu lassen von der Fülle des Lebens. Uns ergreifen zu lassen von seiner Intensität, seinen Lebensenergien, den Strömen, das von innen heraus diese Lebenserfahrung hervorbringt und weiterentfaltet. Das ist zumindest belebend. Wahrscheinlich auf eine innerste Weise, ich würde sagen, ästhetisch. einfach schön und lustvoll. Letztendlich sogar ekstativ. Das Leben von innen her in seiner überfließenden Fülle und Schönheit zu spüren, ist letztendlich Ekstase. Teilhabe an der Freude des Lebens an sich selbst. Am Geschmack des sich entfaltenden Lebensstroms. vieles könnte und sollte man vielleicht auch an dieser Stelle sagen über Lebensfreude und Lebenslust, über Schönheit und Ästhetik. Auf jeden Fall wecken sie unser Herz und lassen uns und lassen uns uns dem Leben zuwenden. Das Leben annehmen und es lieben. Unser Herz zu öffnen und verbunden zu sein mit den Menschen der Natur, der Welt und dem Göttlichen und dem Göttlichen und Unbekannten erleichtert es enorm auch das Leben anzunehmen, sich mit ihm verbunden sein zu lassen und es dann zunehmend in seinem Innersten zu spüren und sich von ihm ergreifen und führen zu lassen. Mit dem Leben verbunden zu sein bedeutet es ganz anzunehmen. Nicht nur in seiner Schönheit sondern auch in seinem Schrecken wie Rilke sagt. Nicht nur in seiner Leichtigkeit sondern auch in seinem Ernste wie Rilke ebenfalls sagt. Nicht nur in seiner Lebensfreude sondern auch in seinem Schmerz und seinem Leid. Nicht nur in seiner Tiefe sondern auch in seiner Oberfläche. Nicht nur in seiner individuellen Entfaltung sondern auch in der kollektiven Verbundenheit. Den Weg des Lebens und nenne ich das einmal den Weg des Lebens zu gehen bedeutet auch das eigene persönliche Leben anzunehmen. Mich anzunehmen als Ausdruck meines Lebens. Und das ist vielleicht das schwierigste mich und mein Leben vollkommen zu akzeptieren und es anzunehmen so wie es ist und so wie ich bin. Ohne Ablehnung ohne Widerstand. Es bedeutet nicht alles gut zu heißen oder schön zu finden sondern eher es hinzunehmen zunächst einmal sein zu lassen zu spüren wie es ist in allen seinen Licht und Schattenseiten. Und es ist eben ein sich mitten hinein stellen in dieses Leben. Ein Aufwachen in diesem Fluss meines Lebens und ein Vergegenwärtigen wie es sich anfühlt und wie es ist in dieser Zeit auf diesem Planeten in dieser Familie in dieser Kultur geboren zu sein und als Mensch in dieser Form zu leben. All dies ist Ausdruck des Lebens und gehört zu meinem persönlichen und individuellen Leben. Und wenn ich es spüre und erkenne und zu mir nehme dann finde ich mich selbst da drin und entdecke dass ich mich darin bewegen kann und ich spüre welches ungeheure Potenzial in diesem Leben als Mensch liegt welche Möglichkeiten ich besitze welche Kompetenzen mein Leben zu gestalten und die Welt zu verändern. Wenn ich mein Leben ganz annehme steht mir auch meine gesamte Lebensenergie zur Verfügung meine gesamte Schaffenskraft mein gesamtes schöpferisches Potenzial ich kann spüren wie ich in meinem Leben wirken kann verändern kann gestalten kann wie ich dabei in Grenzen stoße aber auch Grenzen überwinde ich kann diesen kreativen Prozess des Lebens von innen her wahrnehmen und in meinem Leben zum Ausdruck kommen lassen und wenn ich mein Leben lieben lerne und mich mit ihm verbunden fühle dann spüre ich diese immense und unmittelbare Verantwortlichkeit die ich mir und meinem Leben gegenüber besitze mein Leben auf eine lebenswerte Weise zu gestalten den Weg des Lebens zu gehen heißt das Leben in allen seinen Facetten zu durchdringen und zu verinnerlichen das Leben von innen her zu spüren und zu leben unsere Bewusstseinsentwicklung kann dazu dienen das Leben immer tiefer und weiter zu verstehen und zu durchdringen je höher entwickelt die Bewusstseinsstruktur umso tiefer und umfassender ist das Verständnis des Lebens umso mehr geschieht eine Verbundenheit und schließlich ein Einswerden mit dem Lebensstrom und dann auch mit der Intelligenz die das Leben so sein und eben leben lässt wie es gerade lebt die es konfiguriert und strukturiert und je mehr dieses Verinnerlichen geschieht dieses vergegenwärtigte Leben zu leben umso größer und tiefer ist die Freiheit und umso umfassender ist das Potenzial es zu entfalten es braucht den Weg des Bewusstseins nennen wir ihn mal so um Seele Geist und kosmische Intelligenz zu erspüren und es braucht eine Öffnung für das Leben das eh da ist pulsiert strömt und geschieht und all das braucht es um ein beseeltes und intelligentes Leben zu führen Leben will leben wie Albert Schweitzer sagt Leben will erlebt werden Leben will sich entfalten und erfüllen Leben will so voll wie möglich leben aber wenn wir das wollen aus all dem rauslassen dann tut es das einfach und wir gestalten unser Leben mit zunehmender vergegenwärtigung unseres Lebens mit zunehmendem spüren unseres Lebens im Einklang mit dem Leben den Weg den Weg des Lebens zu gehen bedeutet nicht nur das eigene persönliche Leben anzunehmen sondern auch zu spüren wie es ist Teil einer lebendigen Gemeinschaft von Lebewesen zu sein die eben gerade leben in dieser offenen Präsenz zu schweben bedeutet zu spüren wie es ist inmitten von Leben zu sein wie es eben Albert Schweitzer tat das Leben der Lebewesen um mich herum zu spüren und zu realisieren wie sich das Leben in allen Lebewesen ereignet lässt mich teilhaben an der Fülle der lebendigen Entfaltungen dieser Evolution sie eröffnet mir einen ungeheuren Reichtum an Erfahrung und eine unermessliche Vielfalt und Tiefe von Begegnungsmöglichkeiten sie weckt aber auch mein Mitgefühl für all das schmerzliche leidvolle verirrte und verwirrte und sie lässt mich meine Mitverantwortlichkeit spüren für diese Gemeinschaft zu der ich gehöre allein deshalb weil ich gerade in und mit ihr lebe sie lässt mich meine Teilhabe an allem leben und letztlich an der gesamten Evolution spüren denn sie ist ja auch Ausdruck des Lebens sie lässt mich diese kollektive Qualität diese Gemeinschaftlichkeit diese Zusammengehörigkeit von uns allen unmittelbar spüren nicht nur ich lebe sondern wir leben und ich gehöre dazu wir leben wir leben als Familie wir leben als Arbeitsgemeinschaft wir leben als Gesellschaft wir leben als Menschheit wir leben als Gemeinschaft aller Lebewesen wir leben wir leben als Natur wir leben als Kosmos wir sind diese kosmische und universelle Intelligenz die eben so lebt und sich entfaltet es ist letztlich kein Verlust sein Leben hinzugeben an diesen kollektiven Lebensprozess sein Leben in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen zu der man gehört klar ist dass das Leben uns freigibt unser Leben individuell zu entfalten klar ist dass jeder frei ist freigegeben seinen Weg zu gehen aber es bereichert es enorm unser Leben gemeinsam zu entfalten wenn wir danach fragen was uns am Menschen am meisten erfüllt sind es Partnerschaft und Familie und eine sinnvolle Arbeit die ja immer etwas für andere Menschen tut sowohl aus der Sicht der Bewusstseinsentwicklung als auch aus der Sicht der gemeinsamen Lebensgestaltung ist die Mitverantwortung und die Mitwirkung an unsere Kultur also unserem gemeinsamen Bewusstseinsfeld und unserem gemeinsamen Lebensfeld eigentlich eine selbstverständliche und natürliche Haltung Bewusstseinserforschung als Fokus als Entwicklungsweg führt aber etwas eher zur individuellen Entfaltung zur individuellen inneren Befreiung und zur individuellen Verwirklichung und Anwendung der gewonnenen Einsichten Lebenserforschung als Entwicklungsweg führt eher zur Lebensbejahung und zur Ehrfurcht vor dem Leben wie Albert Schweitzer sagt und das meint sowohl mein persönliches Leben als auch alles Leben die eigentliche Lebenskunst besteht nicht nur darin mein eigenes Leben kreativ und erfüllt zu leben sondern es im Einklang mit allem Leben zu gestalten um es einmal poetisch auszudrücken meine Melodie in der Symphonie des Lebens zu spielen mein Leben und unser Leben gehören untrennbar zusammen jeder von uns erleidet sein eigenes Leben und er erleidet unser gemeinsames Leben jeder von uns genießt sein eigenes Leben und er genießt unser gemeinsames Leben und wir können gemeinsam großartige Lebenskunstwerke schaffen großartige Symphonien miteinander improvisieren wenn wir nicht so viel Lärm machen und mehr auf die Töne und Klänge der anderen lauschen mir persönlich wird es mit zunehmendem Alter immer wichtiger diese ästhetische Dimension unserem gemeinsamen Leben hinzuzufügen die Welt ein wenig zu verschönern gemeinsame Lebensräume zu kreieren die uns inspirieren auch ein solcher Kongress ist ja ein Lebensraum ein R-Lebensraum für einige Tage an denen wir uns gegenseitig inspirieren oder auch nerven und langweilen können wir gestalten hier Kultur also wir gestalten Lebenskultur hier für einige Tage und das tue ich nicht allein sondern das tut eine Gruppe ein Team von Menschen in dem jeder diesem gesamten Prozess dienen möchte letztendlich tun wir das alle hier gemeinsam ohne es zu merken aber was geschieht wenn wir mal das vergegenwärtigen dass wir eben gerade jetzt gemeinsam unser Leben gestalten also nicht nur unser Bewusstsein bilden sondern hier und jetzt leben mit all dem was da ist in all dem was da ist ohne irgendetwas auszuschließen wie fühlt sich das an wie können wir das spüren dieses gemeinsame Leben jeder von uns ist mittendrin wir sind alle mittendrin es geschieht eh wir vergegenwärtigen uns das nur normalerweise nicht den Weg des Lebens zu gehen heißt es immer wieder zu vergegenwärtigen und dann sich darin zu bewegen ich halte das für pure kollektive Spiritualität mein spirituelles Verständnis hat mich letztendlich zum Leben geführt auch ich bin den Weg des Bewusstseins gegangen zunächst zu versuchen meinen Geist zu befreien von allen Verhaftungen in der Welt und offen zu werden für die Größe und Unmittelbarkeit des absoluten und Unbekannten aber ich habe mehr und mehr gesehen dass dies nur Bedeutung hat wenn es mein Leben verändert und erfüllt nicht wenn es mich von meinem Leben befreit meine Bewusstwerdung hat mich mein Leben spüren lassen und das größere Leben das uns alle hervorbringt sie hat den Blickwinkel meiner Spiritualität weggeführt von dem höheren visionären und zukünftigen hin zum unmittelbaren gegenwärtigen und lebendigen eine Spiritualität des Lebens befreit nicht vom Leben sondern sie befreit zum Leben das aufwacht und sich seiner selbst vergegenwärtigt und sich seines Daseins erfreut das spielt und tanzt und das forscht und sucht das Leben sucht Glück und es findet Glück es sucht Frieden und es findet Frieden es sucht Begegnung und es findet andere es sucht Stille und es findet Stille es sucht Bewegung und es findet Bewegung es sucht Liebe und es findet Liebe es sucht Großes und es findet Großes es sucht das was es überschreitet und es findet das was es überschreitet das Leben verliert sich und vergisst sich und schläft ein und wacht wieder auf es wird krank und leidet und manchmal heilt es und manchmal nicht es wird geboren und wächst und stirbt irgendwann es lebt als ich als wir und als alles was lebt und ich bin dankbar dass ich all dies erleben und leben darf abschließen möchte ich mit diesem schönen Gedicht von Rilke das auch mein persönliches Verständnis meiner Spiritualität so schön ausdrückt ich liebe mein Leben in wachsenden Ringen die sich über die Dinge ziehen ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen aber versuchen will ich ihn ich kreise um Gott um den uralten Turm und ich kreise jahrtausende lang und ich weiß noch nicht bin ich ein Falke ein Sturm oder ein großer Gesang das war's ein Blick das war's nasst Vielen Dank.